ja herzlich willkommen zurück zum paddel und verhunger simulator 2018 ich nenne es auch raft oder nicht ich andere auch oder wie auch immer wir werden heute versuchen warum ist denn da eine insel ach das war ja die die ich beim letzten mal verkackt habe ja dann werde ich doch da noch mal versuchen hinzukommen es wird offensichtlich nicht rückwärts fahren wo können wir es denn umschippern mal gucken da lang boot wie das mit nem rudung ah mr high ist schon wieder da geht weiter hey jetzt geht aber weg da offensichtlich kommen wir der insel nicht näher da werde ich mal hier so ein paddelchen nehmen und mal versuchen ich würde die ja gern weiter untersuchen aha wir kommen dran leicht langsam ja 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 es wird doch bestimmt irgendwelche interessanten sachen dort geben oh paddel kaputt da 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 der hei der hei ist da der hei ist da ja oh oh ich komm da nicht hoch ich komm da nicht hoch ich komm da nicht hoch ja gut er hat schon wieder an meinem bötchen rumgefressen fahr doch mal bitte in Richtung insel rolle ein flöß rolle ein flöß oh 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 ah katastrophe leere tasse grill reiniger reiniger ok da können wir schon mal was zu trinken ach ich verhungere schon wieder ach nö ok dann scheiß auf die insel es wird eine neue geben es wird eine neue geben kann man den haken eigentlich reparieren? sieht nicht so aus dann bauen wir uns einfach mal einen neuen haken 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 vierter kunststoff kunststoff schaube husten husten wir haben ein problem husten wir haben ein problem besser jep und wieder verhungert jep und wieder verhungert kunststoff äh hey hey seid ihr bescheuert? bist du bescheuert? geh weg was machst du da? der hat mein Säger gefressen ich werd verrückt ach ne das ist jetzt ja echt suboptimal hmm paddel kaputt segel kaputt getreiben äh palmblätter ich brauch auch einen neuen haken kunststoff da ist kunststoff so sonst ist der haken gleich fuji kato das fässchen fangen hm ein palmblatt oh heil geh weg ey alter plastik palmblatt palmblatt rädchen ah kaputt brettchen und noch ein brettchen jetzt brauchte noch ein paar palmenblätter nicht wahr eins noch das könnten wir ja hinkriegen fangen wir uns derweil noch ein bisschen plastik ein das hässchen da zack almenblatt dann bauen wir jetzt ein neues segel der hei der hei der schleicht ja schon wieder so scheiße rum ja, das segel jetzt beruhige ich das mal dort an so oh da ist irgendwas da ist irgendetwas so ja palmenblätter auch noch ein palmenblätter ja und da hängen wir ein flößchen können wir gleich mal anlegen anlegen ist vielleicht ein bisschen doof gesagt wir werden mal gucken was es dort zu holen gibt ob es dort was zu holen gibt vor allem ist mir noch mal ein bisschen fischig so halt wird würdchen bleib hier au auf oh auch Und nochmal. So. Jetzt. Aua. Fressi. Nein. Kein Fressi. Palmblätter. Dann klicken wir das Segel wieder aus und fahren mal weiter. Da liegt ja jede Menge Müll rum, den wir einsammeln können. Ja. Müll sammular. Sammular. Simulator. So cool. Was ist das? Fahre ich jetzt rückwärts? Nee, seitwärts. So ist vorwärts. Okay. So, dann werde ich noch eine Tasse brauchen. Das dauert offensichtlich ein bisschen. Und wir segeln in den Sonnenuntergang. Cool. Oh, da kriegen wir noch eine Tasse fertig. So. Rüber essen. Dann haben wir doch schon mal ein kleines Problem weniger. So. Forschungstisch. Kleines Lager. Alles Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Wimpel, was macht denn der Wimpel? Nützlich, um zu wissen, welche Richtung vorwärts ist. Mistiges Wetter. So. 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 Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Boah, böses Wetter, böses Wetter. Dann können wir noch eine Tasse Wasser trinken. So, dann haben wir wenigstens keinen Durst. Dann können wir noch eine Tasse Wasser füllen. So. Was ist voraus? Daneben. 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 Fast behind. Oh, nicht doch. Das Wetter ist echt mal mega ätzend. Aber cool. Cool, dass es das Wetter gibt. Ah, da ist es. Lustig. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ach, zu weit. Habe ich dich. Oh, Kartoffeln. Kartoffeln. Ich muss was zum Braten haben. Essen, Essen, Essen. Grill. Kann ich bauen. Ein Grill. Ein Grill. Ein Grill. Grill. Kommt gleich daneben. So. Hopp. Planken. 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 Ich schätze mal, jetzt fehlen mir Planken. Das sind Fässchen. Das sind Fässchen. Drehen wir noch dort. Fässchen. Oh, drei. Vier. Welt. Ja, das habe ich. Das habe ich auch. So. Schönen, schön, 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 schön. Schmeiß. Komm, komm, komm. Nein, zu weit. So, warte mal. Ich habe ja Planken gefunden. Rechte ich auch nicht. Guck mal. Cool. Das reicht es ja noch. Ah, Fisch. Nee. Du Arschbart. Schwein. Kartoffeln. Brauche ich denn eine Freie, ne? Ist noch nicht gut, wie es aussieht. Kartoffeln und Essen. Jawohl. Kartoffeln und Essen. Kartoffelnbraten. Kartoffeln. Oh. Oh. Okay. Okay. Dann haben wir ja jetzt den Nahrungsfluss erst mal gerettet. Vielleicht brauchen wir jetzt ja nicht mehr verhungern und verdursten. Tja, was machen wir in der nächsten Folge? Wir gucken, was passiert. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüssi.